Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. Am 17. Februar 2024 beschloss die EU den Digital Services Act, der Plattformen bestrafen soll, die Inhalte im Netz nicht gründlich genug löschen. Insbesondere gegen Hassrede und Desinformation will man vorgehen, wobei die Definitionen schwammig sind. In Deutschland wird zur Umsetzung dieser Maßnahmen aktuell das Digitale-Dienste-Gesetz im Bundestag beraten. Es geht unter anderem darum, eine Zuständigkeit und die nationale Umsetzung für die Internetüberwachung festzulegen. Die EU verlangte von allen Mitgliedstaaten die Benennung einer dafür zuständigen Aufsichtsbehörde. In Deutschland wird die Bundesnetzagentur, die dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck zugeordnet ist, von der Bundesregierung für diese Aufgabe vorgesehen. Rechtlich gesehen kann allerdings nur der Bundestag diese Zuständigkeit festlegen und muss die Behörde per Gesetz mit einem Auftrag ausstatten. Das gebietet schon das Rechtsstaatsprinzip. Ein dahingehender Gesetzesentwurf lag dem Bundestag am 18. Januar 2024 in einer ersten Lesung vor, ist allerdings noch nicht beschlossen und wird noch beraten. Doch das wollte man im Wirtschaftsministerium einfach nicht abwarten und beschloss den Bundestag, kurzerhand zu übergehen. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte dem Spiegel Anfang März, man würde bereits Hinweise auf Verstöße gegen das DSA sammeln und an die zuständigen Funktionäre in Brüssel senden. Wir glauben, dass Ex sich rechtswidrig verhält. Das werden wir belegen und nachweisen, verriet Müller. Unsere Kolleginnen und Kollegen bereiten diese Informationen gerade gerichtsfest auf und schicken sie nach Brüssel, wo sich EU-Kommissar Thierry Breton und seine Leute darum kümmern werden, schilderte der ehemalige SPD-Politiker. Er hoffe, dass die Kommission an diesem Fall ein Exempel gegen Twitter statuiere. Auf Anfrage bestätigte die Bundesnetzagentur den Vorgang. Man habe entsprechende Social-Media-Inhalte erhalten und Meldung an die EU-Kommission gemacht. Zur rechtlichen Bewertung erklärt man freimütig, die erhobenen Informationen seien auch ohne gesetzliche Grundlage nutzbar. Die Behörde merkt selbst an, dass das bisherige Tätigwerden auf der Benennung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr als voraussichtlicher nationaler Koordinator beruhe. Voraussichtlich, weil die gesetzliche Grundlage eben noch nicht verabschiedet wurde. Des Weiteren gibt die Bundesnetzagentur zu, dass die Benennung vorbehaltlich des Abschlusses des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens erfolgte, also bevor der Bundestag die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde einsetzte. Dennoch sieht man sich offenbar befugt, einfach ohne gesetzliche Grundlage tätig zu werden und großflächig Postings im Netz zu durchsuchen, zu sammeln und an Zensoren der EU-Kommission zu übermitteln. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.